Können wir einen Ausschnitt sehen aus der Arbeit? Natürlich, natürlich. Das haben wir ja alles vorbereitet. Deswegen sind wir heute ausschließlich hier zu den Klimbimborium-Proben. Dankeschön. Gucken wir mal rein. Da, wenn der Freie jetzt an der Grauen wird, gucken wir mal rein in die Proben. Klimbimborium, das Klimbimborium. Na, ja, Herr Arbeit, also ich hab mal eine Frage. Was denn los? Ich soll ja die linke Socke von Klaus Kinski spielen. Aber ich bin ja gar nicht die linke Socke von Klaus Kinski. Ja, na dann stell dir das doch vor. Du bist doch Schauspieler. Bibi, komm raus. So, wir machen jetzt Rennübungen. So, und eins, zwei, drei. Los rennen. Und zurück. Schneller, 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 schneller. Nein, nein, nein. Ich bin eine Socke. Einfach nur eine Socke. Aber wie seid ihr denn hier reingekommen? Also, er war schon hier. Oh, mein Gott, schauen wir alle heute aber so schön aus. Ja, aber du auch. Guck mal, Janine. Wie? Ich bin ja bloß von Socken umgeben? Ja, 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 ganz genau. Von Socken. Was? Ja, ja. Du siehst wirklich gut aus. Du siehst aber schick aus. Ein Zauberspiegel, Zauberspiegel. So, und jetzt Galopp. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt rückwärts, rückwärts. Und wieder zurück. Und nochmal rückwärts. Und stopp. Sehr schön, du hast ja dein Zirkaschen verdient. Nein, 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 nein. Das kann gar nicht sein. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Sie? Was? Nein, ich bin die Schönste. Aber nein, ich bin die Schönste im ganzen Land. Nein, ich bin die Schönste. Ihr könnt eure Szene nicht. Ihr habt euren Text verplant. Und jetzt sagt ihr, ihr seid bloß Socken. Ihr seid Waschlappen, seid ihr. Hört mich übergruppen? Und cut. Danke.